Und weiter geht's im Text. Letzte Ebene des Feuergoblinschreins. Also was ich in dem Spiel auch spannend finde, ist, dass der Name der jeweiligen Orte überhaupt nichts mit dem Dungeon dahinter zu tun hat. Ich mein, Feuergoblins, okay. Hier ist ein Feuergoblinschrein. Gut, lassen wir so durchgehen. Aber zum Beispiel das alte Herrenhaus, das eine Outdoor-Map war. Naja. Lässt viel Spielraum für die Fantasie. So eine richtig pfiffige alte Herrenhaus-Map zu denken. Wenn das mal kein gutes Rollenspiel ist. So ein wenig weiterfiffige. So. 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 Und das ist mal wieder Disszeit. So langsam neigt sich auch mein Urlaub zum Ende, was direkte Auswirkungen auf den Release Cycle der einzelnen Episoden hat. Ich bin jetzt dazu übergegangen, täglich noch eine Episode von jedem Let's Play zu releasen. Das ist ein bisschen machbarer für meine Zeitplanung unter der Woche. Weil ich habe einfach weder Zeit noch Lust, jeden Tag unter der Woche nach der Arbeit noch zwei oder gar drei Stunden Let's Plays zu schneiden oder aufzunehmen. Von daher versuche ich das jetzt so zu machen, dass ich zur Not am Wochenende für eine ganze Woche jeweils vorarbeiten kann. Das sollte sich ganz gut ausgehen. Was los Jogun? Schon wieder Disconnect? Ne. Perfekt. Ne. War am Dissen. Okay. Theoretisch müsste es auf der Ebene irgendwo noch einen Boss geben. Es gab ja im ganzen Dungeon noch keinen. Ich werde jetzt schon wieder voll sein. Guts. Na. Okay. Ah, Boss-Peel-Anzeige, oder? Na, da ist noch ein Räumchen. Ich denke, hier wird es noch einen Boss geben. Es gab auch noch keine Achievement. Ja. Von daher. Das stimmt. Und wer Mythos ein bisschen kennt, der weiß, nicht querfurzen um das Achievement. Ah, es geht sogar ein bisschen tief rein, als ich dachte. Aber das sieht doch hier bossig aus. Oder? Nein. Trotzdem rafft es gerade meine Pads ein bisschen dahin. Sterben an Altersschwäche, weil sie schon so lange draußen sind. Okay. Okay. Das dürfte es dann aber so gut wie gewesen sein. Ja, das meine ich nämlich auch. Ein dreistöckiges Dungeon ohne jeden Boss? Hier ist nix mehr, ne? Nein. Tja. Gut. Oder auch nicht gut, aber... Mal raus dann. Ich glaube, es gibt es jetzt auch keine Quests wirklich abzugeben, außer die Repeatable und die Müse-Quests. Ehm... In... Auf der Insel. So, dass wir eigentlich gleich wieder rein können. Ich schau gerade. In den Tempel der brennten Flamme. Und einmal noch ein Zirnhaus, ja. Ja, und lass mal den Tempel zuerst machen. Das ist noch nicht drin. Da haben wir schon wieder Mobs sterben. So langsam können wir uns die Items auch mal wieder angucken. Das Zett habe ich eh auseinandergebrochen. Aber so richtig, richtig, richtig... Äh... So gut war das Startset auch irgendwie nicht. So müsste sich's spielen. Keine sieben Meter im Dungeon. Am Dissen und ein Achievement. Das Achievement-Schrottliebe aber. Ja, da, da spiegle ich mich wieder drin. Oh, das ist das. Das finde ich gut. Tempel der brennenden Flamme. Naja... Ich weiß ja nicht, was für einer physikalischen Umgebung ihr so lebt, aber bei mir brennen Flammen eigentlich immer. Perfekt durch die Sargassen manövriert. Ja, keine auslassen. Ich bin am Überlegen, ob wir das Mythos LP vielleicht auf 20 erstmal anhalten und uns auf Spiele konzentrieren, wo ein bisschen mehr geht. Und wenn wir ein bisschen höher sind, äh... vielleicht nochmal zeigen, wie es dann aussieht, wenn sich's verändert. Und ich glaube nicht, dass sich das hier irgendjemand anguckt und sagt, wow, das ist ja spannend. Nimmst du gerade noch auf? Ja, natürlich. Das ist, äh... pure Selbstreflexion. Ich bin völlig gemütlich. Ich bin ganz wichtig, Da geht schon die letzte Ebene, aber ich glaube ein bisschen mehr ist hier noch, oder? Ja, wo war es das schon? Hier geht's. Hä, das... Wo ich stehe, geht's weiter. Ja, mehr war nicht. Etwas mickrige Ebene. Wow, 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 wow. Hier geht's auch für mich ins Gesicht gerade ein bisschen. Das ist ein Muspar. Ja, das ist das Einzige, das ein bisschen knifflig ist. Ja, das ist das Einzige, das ein bisschen knifflig ist. Ja, das ist das Einzige, das ein bisschen knifflig ist. Jetzt können wir gleich wieder unseren Gottkumpel rufen. Aber erstmal ne Tonne Items loben. Die ganzen Mobs, die hier tot rumliegen. Die haben meine Pets nebenbei gekillt, oder? Das haben wir den Boss gemacht haben, nämlich mal. Ich hab viele gekillt. Auch. Oh, schön. ICQ meldet sich auch mal zu Wort. Ich denke, es hat jemand gewotzt. Nee, tatsächlich ist das wahrscheinlich nur wieder dieser typische Spammer mit russischen Schriftzeichen. Von dem ich am Tag so 639 Anfragen kriege, ob ich nicht Lust hätte, auf irgendeiner Sexseite Mitglied zu werden. Hab ich natürlich, aber langsam ist meine Kreditkarte auch, äh, bis ans Limit belastet. So, das war's hier, würde ich sagen. Der Geist gibt uns noch keine Questwahlwitzelosen, naja, richtig, gut. Ja, dann mal raus hier. Ja, dann mal raus hier.